Transferhammer Transferhammer Daraufhin heuerte Meier in Frankfurt an, und sein Aufstieg begann.Sein letztes Spiel für Frankfurt machte Meier übrigens am 5. Mai 2018. Er wurde eingewechselt und traf zum 3-0-Endstand, gegen den HSV. Gute Voraussetzungen also für einen zukünftigen Paulianer. Anzeige, tippe jetzt mit den besten Wettquoten auf, die Partie in der 1. Bundesliga. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017